Von Freitag bis Sonntag findet wieder das allseits beliebte Kettensägenschnitzer-Treffen im Hasenwald in Ebersbrunn statt. Mehr als 35 Schnitzer aus Deutschland, Österreich, der Ukraine sowie der Slowakei werden dann für jede Menge Lärm sorgen. Ein besonderes Programm und reichlich Speis und Drang wird ebenfalls geboten. Täglich kann man das Event von 10 bis 20 Uhr besuchen. Wettkampfgeist müssen die Männer und Frauen am Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr beim Speedcarving beweisen. In 45 Minuten heißt es dann, eine Figur nach Wahl zu schnitzen, welche im Anschluss versteigert werden soll. Der Eintritt für Personen ab 14 Jahren beträgt 4 Euro, unter 14 Jahren ist der Eintritt frei. Für kleinere Kinder wird empfohlen, einen Gehörschutz mitzubringen. TV Westsachsen verlost zu dieser Veranstaltung Schnitzerpakete. Den Eintritt für zwei Erwachsene und einen Verzehrgutschein in Höhe von 20 Euro werden damit an die drei Gewinner gebracht. Um teilzunehmen, können Sie uns einfach eine Mail an gewinn.tv senden oder unter der eingeblendeten Telefonnummer anrufen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.